hallo und herzlich willkommen bei Alexander L.E. Let's play in Notruf 1.2 die Firewall Simulation und ja wir laufen mal die Treppen hoch wir können auch so laufen oder wir können was so machen also wirklich hier fehlen die Bäume aber zack zack die Bäume hier ja genau was gibt's Neues also es kam auch ein langer Update schon raus ich habe das nur verzögert und genau jetzt laufen wir einfach mal hier rum genau und warten auf einen Einsatz so ist besser laufen und laufen ah cool Alarm wir machen hier mal Löschfahrzeug und der Chef Achtung Brandschutz Brandmeldeanlage Einsatz für ELW L.F.24 D.L.K. 23.12 T.L.F. 1 R.T.W. 1 fehlt noch diesen sagen wenn ähm 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 was die Leitstellen jetzt sagt zum Beispiel Leitstellen von 1 keine Ahnung 1 46 1 oder so das fehlt auch noch aber ich denke mal nach und nach ähm das alles ja und nach ähm das ist ja bis zum Beispiel Leitstellen von 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 So, sehen wir schon da und warten, bis die anderen kommen. Immer Z gucken, immer ob das hier im Mikrofon gilt. Übrig, gut, passt, super, alles klar. Einmal Bildschirm, einmal so. Kärisch. Bi, 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 bi. Kann ich angehen mit der Tür. Weiter auch, weitere Anweisungen. wir sind heute Mechaniker ne Maschinen Angriffsdruck von der Brandstelle passendreich alles klar geht es heute noch schneller ja super jetzt haben wir ihn dabei genau war ein letztes Mal da drin deswegen lassen wir den mal machen und wenn ihr weiter verfolgen seht von Notrufer 1-2 wir haben fertig abfahrt ach so ist schon wieder ja Ja, die Taste 4 haben wir vergessen, aber egal. So, dann kommen wir da außen. Ich bin voll reingefahren. So, dann kommen wir da. Ja, ich freu mich, wenn jetzt hier demnächst auch diesen Sprecher kommt von Leitstellen und so weiter. Ja, also wann weiß ich nicht, das ist alles abhängig vom Entwickler. Ja, fahr doch, meine Fresse. Noch langsamer. Ja. 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 Ja, wir sind wieder zurück auf der Wache Und genau, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja, gebt mal einen Daumen hoch Schreibt einen Kommentar unter diesem Video Besucht mich bei Facebook-Fan-Pets Lasst ein Abo da, ich sage tschüss Bis zum nächsten Mal, euer Alessandra L.P. von unserem Einsatzbericht Und ja, genau, ich sage tschüss Bis zum nächsten Mal